Servus, ich bin Projekt Held und als ich das letzte Mal mit dem Moped unterwegs war, habe ich am Straßenrass die Blühschranktür gesehen und die wollte ich einfach so liegen lassen. Einmal der Hummel zuliebe und zum anderen kam mir da eine geniale Idee, was man mir da einfach anstellen könnte. Und die Idee ist, dass man mit der eigentlich perfekt wakeboarden könnte. Das haben wir dann mit unserer selbstgebauten Winde am Baggersee direkt mal ausgetestet. Viel Spaß beim Video! souffert Bus mit Ich sehe die 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.